Ich habe mich für das Praktikum im Norden entschieden, weil es mir die Möglichkeit gibt, in ein Land zu gehen, was mich schon lange interessiert, was ich sehr schätze und weil ich dort mit Kindern und Jugendlichen arbeiten kann. Weil ich noch nie in Schweden war und mich das einfach sehr reizt. Ich habe nur Pustiefes von Schweden gehört, sehr unglaublich schöne Landschaften und nette Menschen. Und davon will ich mich eben jetzt selbst überzeugen und das Land besser kennenlernen. Ich bin interessiert, wie gemeinde Leben in Schweden denn so funktioniert bei 1% Katholiken in ganz weiten Räumen. Ja, wie kann man da leben, Glauben leben und auch weitergeben. Ein und auf und nun vielleicht wird eine volle Arbeit bekommen. Ich wollte schon immer mal in ein neues Land, eine neue Kultur kennenlernen. Und was ich am spannendsten fand, ist eben, dass es in einem Kloster ist. Und es freut mich auch so ein bisschen zu hören, dass in Schweden eben die Kirche anwachsen ist.